Die Blicke der ganzen Welt sind heute auf ihr neuestes Werk gerichtet, Madarame-Sensei. Ach was, das ist doch etwas übertrieben. Sensei, dürfte ich Sie bitte ganz kurz sprechen? Was ist? Madarame Ichirio-Sai, du prunksüchtiger Schwerverbrecher mit vertrocknetem Talent. Du hast deine Autorität missbraucht, die Bilder deiner Schüler gestohlen und schreckst, dass Künstler nicht einmal vor Plagiaten zurück. Wir haben uns entschlossen, dem ein Ende zu setzen. Wir werden dein verzerrtes Verlangen stehlen und dich dazu bringen, deine Sünden zu gestehen. Gezeichnet, die Phantom-Dieb-Truppe der Herzen. The Phantoms. Erzähl mir, was das hier soll. Das weiß ich leider auch nicht. Diese Karten sind massenweise im Umkreis der Ausstellung aufgehangen worden. Dann reiß sie verdammt nochmal ab. Jawohl. Das waren mit Sicherheit diese Rotzbängel. Egal. Was wollen die denn schon gegen mich ausrichten? Und, war das gut so? Einfach perfekt. Der Text ist auch echt super geworden. Das sollte ausreichen, damit sich sein Schatz jetzt materialisiert. Die Ankündigung hält etwa einen Tag lang an. Mega gut. Der Typ kriegt einen auf die Mütze. Auf geht's. Der Typ kriegt einen Tag lang an. Eine fixede, ersteacionalischie. Der Typ kriegt einen Tag lang an. Der Typ kriegt einen Tag lang an. gerät. Vers Coronavirus. Aber bei – es ist noch gar nicht, mit Merry�li truc,